Hallo und herzlich willkommen zum elften Teil meines Let's Plays von Siberia The World Before. Das Video stammt aus einer Streaming Session auf Twitch. Ich habe lediglich Unnötiges herausgeschnitten. Außerdem füge ich Kapitelmarker hinzu. Diese findet ihr unten in der Beschreibung, bei YouTube auch in der Abspielleiste und bei Peertube auf meiner Instanz über den Kapitelbutton im Player. Leider gab es während der Aufzeichnung ein paar Probleme mit der Netzverbindung. Die daraus resultierenden Ruckler in Bild und Ton bitte ich zu entschuldigen. Siberia The World Before ist ein 3D Point-and-Click-Adventure aus dem Jahr 2022 und die Fortsetzung der Siberia-Reihe von Benoit Sokal, in der es bereits drei Titel gibt. Ich freue mich über Kommentare und wünsche viel Spaß beim Zusehen. Dann geht es jetzt wieder weiter. Wir sind stehen geblieben bei der Reparatur der Mechanismen auf dem Musikplatz und wir sollen diesen Mechanismus insbesondere hier reparieren. Was man jetzt gar nicht sehen kann, weil mein Gesicht da drüber liegt, ist, dass ich hier wechseln kann zwischen Dana Rose und Kate Walker. Das ist quasi ein Button hinter meinem Kopf. Kann ich das hier aus? Moment. Nee, hier kann ich das nicht. Kann ich das hier? Ah, so. Jetzt kann man es sehen. Also da ist ein Button hinter meinem Kopf versteckt. Damit kann ich jetzt zwischen Dana Rose und Kate Walker hin und her wechseln. Und so werden wir jetzt auch dieses Rätsel lösen. So, ich blende mich mal wieder ein. Ich verstehe gar nicht, warum das hier nicht über mein Gerät funktioniert. Aber gut, ist auch unwichtig. Wir begeben uns wieder ins Spiel. Und zwar zurück in die Vergangenheit. Um dann nochmal hier einen Blick drauf zu werfen, auf das andere Gerät. Um zu gucken, wie das eingestellt sein muss. Wir sehen also, CGDA muss es sein, das A muss hier oben sein und GD muss hier unten sein und C muss hier sein. Wäre jetzt natürlich irgendwie praktisch, wenn man sowas wie ein Bildschirmfoto machen würde. Aber wir hoffen mal CGDA, das kriege ich noch gebacken. So, ich glaube, so muss das. So, das ist dann das G. Dann wüsste ich jetzt tatsächlich auch wieder aus dem Kopf nicht mehr, wo das hin muss. Das muss ganz nach unten. Das muss ganz nach unten. G und dann das D da rüber und das muss an Position 3 von unten. Okay. Dann kommen wir ja an diesem wahrscheinlich nicht vorbei. Dann würde ich ja vermuten. So. Okay, weiter runter geht es logischerweise nicht. Dann ist das C schon mal an der richtigen Stelle. Dann ziehen wir das hier wieder raus. Dann müssen wir wahrscheinlich dieses hier nehmen. Das geht ja auch. Ah. Okay. Ja gut. Da hätte man drauf kommen können, wenn man nicht ganz dumm ist. CG. So. Das ist dann das D. Genau. Ich glaube, jetzt kriege ich es doch einfach hin. Tap, tap. CG. G. Ups. D. Und hier dann das A. So. Gucken wir nochmal. Okay, das A muss auf die zweite Position von oben. Aber ansonsten habe ich es... Ansonsten habe ich es doch genau richtig. Gut gemacht, Kate Walker. Sie scheinen auf dem richtigen Weg zu sein, um zu vollenden, worum der Rektor sie gebeten hat. Danke, Oscar. Aber ich muss immer noch die anderen Mechanismen finden. So, genau. Oop, nicht so weit. Hier waren wir schon richtig. Da brauchen wir natürlich wieder ein Mäuchchen wahrscheinlich. Sie können Frau Beckmann sagen, dass dieser Automaten auch ordnungsgemäß funktioniert. Aber er ist so dreckig, dass er nicht mehr lange durchhält. Ich werde den ganzen Tag brauchen, um ihn so sauber zu machen, dass er den Winter übersteht. Okay. Typisch, dass ich den abkriege. So, hier können wir jetzt aber gar nicht ran. Also wir sehen uns auch nicht, was da für eine Nummer einzugeben ist. Das ist ungünstig. Das könnte man natürlich vermuten, dass es eventuell die gleiche ist. Ich glaube nicht, dass dieser Code im Bericht erwähnt wird. Sage ich auch. Und ich glaube nicht, dass ich den Tag beschäftigen. Ja, dann gehen wir erstmal in den Nubenturm, was? Hey, passen Sie auf, was Sie hier tun, ja? Nicht, dass Sie sich verletzen oder etwas kaputt machen. Die Ersatzteile für die Automaten auf dem Platz. Ich komme gerade vom Turm. Sie können Frau Beckmann sagen, dass dort oben alles in Ordnung ist. Der Mechanismus ist in perfektem Zustand. Der Wartungsmitarbeiter sagte, Dana, dass es irgendwo in diesem Raum einen Zugang zum Uhrenturm gibt. Oben ist alles in Ordnung. Kein Grund zurückzugehen. Der Aufzug, den Dana nehmen wollte. Er führt zum Uhrenturm. Wir müssen ihn finden, Oskar. Okay, also wissen wir, dass wir theoretisch hier landen müssten. Und viel mehr wissen wir aber auch nicht. Wir wissen auch, dass wir das hier nicht, im Moment zumindest, nicht reparieren können. Diese Marke breitete sich in ganz New York aus, als ich aufbrach. Und jetzt haben Sie sogar hier Filialen. In dem Bericht steht, wir kommen durch dieses Gebäude an den Mechanismus des Uhrenturms heran. Durch das, was heute das Hinterzimmer sein muss. Es steht zu vermuten, dass es der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist, Kate Walker. Komm schon, Kate. Lass dir was einfallen. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Nun, ja. Ich müsste mal in Ihr Hinterzimmer. In meines? Wenn ich dürfte. Tut mir leid, das ist für Unbefugte streng verboten. Und warum wollen Sie da überhaupt rein? Es scheint, dass sich in Ihrem Hinterzimmer der einzige Zugang zum Uhrenturm befindet. Dort muss ich hin. Tut mir leid, aber das ist gegen die Vorschriften. Das kann ich nicht zulassen. Okay. Danke trotzdem. Der Autor schreibt diese Dialoge. Schönen guten Abend. Ja, manchmal ist es etwas gestellt. Das stimmt schon. Och, guck mal. Der Herr Denke ist das. Und der ist sogar Mitarbeiter des Monats. Vielleicht können wir ihn ja mit seinem Mitarbeiter des Monats ein bisschen... Aber wenn Sie nichts trinken, muss ich Sie bitten zu gehen. Okay. Offensichtlich können wir das nicht. Ja. Muss wohl so sein. Er hatte nicht große Auswahl. Okay, also wir müssen hier hinten rein. Es gibt auch keinen anderen Zugang. Ah, nee, da ist ja noch eine Tür. Es gibt immer noch einen anderen Zugang. Und es ist kein neues Sherlock Holmes Game. Ich habe das neue Sherlock Holmes Game. Das sieht normal anders aus. Also da kommt man auch nicht ran. Oder was soll das jetzt? Ich finde das nicht hilfreich. Also da ist ja aber hier auch schon die Tür. Könnte man nochmal drinnen gucken. Ja, haben Sie natürlich sehr effektvoll die Kamera hin platziert, sodass man auch nicht sieht. Wo die Tür rauskommt. Aber wir können davon ausgehen, dass das der Vorraum ist. Also es ist definitiv hier noch der Hinterraum. Und dann ist da der Zugang. Das ist ja auch albern. Er muss doch wissen, dass er da hinten den Zugang hat. Da kann er noch nicht sagen. Da kann man nicht mehr angucken. Das ist ja albern, ist das ja. Das ist ja albern. So, aber man kann auch mit der Kiste nichts anfangen, kann ich dir schon mal sagen. Weil die ist kein Punkt, kann man nicht anfassen. Wie meinst du? Ja gut. Das. Die Mülltonne sollte ich unter das Fenster schieben können. Die Mülltonne sollte ich unter das Fenster schieben können. Gut. Also wir haben gar nicht vor, durch diese... Oh, haben wir doch. Was für eine unsinnige Tür, wo man oben drüber klettern kann. Ja, ich dachte nicht, dass da einfach auf ist. Muss ich Sie daran erinnern, dass wir hier unerlaubt eingedrungen sind? Der Mitarbeiter wird sehr überrascht sein, wenn Sie aus seinem Hinterzimmer kommen. Oh, jetzt können wir hier dann ja scheinbar wieder raus, wenn wir da raus wollen. Aber wir gehen... Ach du Scheiße, das steht ja alles voll. Laut dem Bericht sollte der Aufzug dahinter sein. Hoffen wir, dass er nicht zugemauert wurde. Da. Okay, ich muss nur den Durchgang freimachen. Und was ist einfacher als das? Da schiebt man einfach mal geräuschvoll ein. Das kommentiere ich gar nicht. So, Aufzug zum Tor haben wir gefunden. So, also für mich nicht. Für Sie schon, nehme ich an. Ich will nicht riskieren, etwas Wichtiges zu verpassen, wenn ich jetzt gehe. Ja, geht auch nicht. Hat ja auch nicht gesagt, dass du gehen sollst. Hm. Das ist ein roter Knopf. Der ist mit einer Kuppel besetzt. Ein roter Knopf mit Kuppel. Ein verkuppelter roter Knopf. So, und hier sind lustige Hebel. Das soll man mal nix denken. Ha. So einfach ist das, nehme ich. Und dann kann man rote Knöpfe drücken. Das war's mit dem Antrieb. Jetzt sollte ich die großen Türen öffnen. Das sieht aus wie ein Ersatzteil für Automaten. Oh ja. Dann möglicherweise ein Teil für den Automaten, den wir noch nicht, den wir noch nicht rangekommen sind. So, dann haben wir hier noch was. So. So. Zur Hälfte fertig. Mal sehen, was als nächstes kommt. So, jetzt kommen wir natürlich hier nicht so einfach. Nee, dann müssen wir wieder nach oben. Na ja, gut. Ich mag ja die Rätsel. Die sind ein bisschen einfach teilweise für meinen Geschmack. Aber ich habe auch ein Making-of-Video gesehen, da haben sie gesagt, sie wollten halt nicht, dass die Rätsel einen aus der Geschichte rausholen. Das tun sie sicherlich nicht. Dafür sind sie dann auch zu leicht. Aber man hätte ja vielleicht auch mehrere Schwierigkeitsgrade haben können. Trotz ihres Alters sind sie immer noch umwerfend. Wie lange sie wohl schon nicht mehr aktiviert wurden. Ja, es ist halt schon auch sehr adventureig. Man muss die Sachen, die man findet, irgendwie miteinander kombinieren. Im Zweifel ist auch viel über Gespräche. Ein Musikerautomat sieht genau noch Hans Steele aus, wie in Barockstadt. Das hatten wir schon mal gesagt, beim letzten Mal. Ja, jetzt wäre eigentlich das hier. Und da wissen wir den Code nicht. Ich streame übrigens gerade in 60 Frames. Zumindest sagt er das. Bisher funktioniert es auch ganz gut. drawings一下. Bis zum nächsten Mal. Und dann Innereien. Ja, jetzt很 gut. Kommen Sie zurück zu mir, sobald Sie die Berichte von den vier Wartungsmitarbeitern geholt haben. Hm. Vier. Okay. Ja, aber nur drei. Wo ist denn der vierte? Soll ich was übersehen? Wir haben den, wir haben den an dem anderen. Ah, ja, hier, ne? Ein Teil des Mechanismus wurde geschädigt, aber ich habe es ausgetauscht. Sie können, Frau Beckmann, sagen, dass jetzt alles in Ordnung ist. Ich sollte zurück zu Frau Beckmann gehen. Ich hatte Glück, dass an diesem Mechanismus nur ein Teil getauscht werden musste. So, da haben wir wieder... Ach du Gott. Ja, das ist ja wieder die Rück... Ne, ist das die Rückseite? Da muss ja. Also 4, 2, 5, 8. Auf der anderen Seite. Und da sehen wir jetzt das Gegenstück. Gucken wir noch gleich mal, ob wir das bei Kate Walker irgendwie hinkriegen, denn das kriegen wir ja hier scheinbar nicht gelöst. Äh, hä. Sieht da dieses ekelhafte Auto vor? Ne, ich glaube es nicht. Wegen dieses Wagens komme ich nicht an den Mechanismus. Ich muss ihn da wegbekommen. Also in dem Auto selber können wir wahrscheinlich nichts machen. Wo es natürlich lustig wäre, wenn man ihn einfach wegschieben könnte. Ach doch. Ich dachte, wir können mit dem Typen hier reden, weil es sein Auto ist. Aber es ist nicht sein Auto. Anrufen. Ja, das wäre natürlich eine gute Idee. Ich kann mir noch nicht so viele Ziffern merken. Wärst du mal so freundlich und würdest die Nummer in den Chat tippen, damit ich sie dann abschreiben kann? 5, 1, 23. Ich muss den Besitzer finden. 5, 1, 23. 3 mal die 8, 3, 2, 1. Ich meine 1, 2, 3 und 3, 2, 1. Kann man sich noch merken. Es fängt mit einer 5 an und dann 8, 8, 8 in der Mitte. Ja, das geht schon. Man könnte es sich merken. Ich weiß auch schon, wo ein Telefon ist. Ich weiß nur nicht, ob der Mann, der das Telefon besitzt, uns da telefonieren lässt. Deswegen konnten wir uns dieses Telefon vorhin eigentlich angucken, damit wir dann hier jetzt tatsächlich manuell telefonieren können. 5, 1, 2, 3. Er klingt ja schon sehr motiviert. Entschuldigen Sie, aber Ihr Wagen ist auf dem Platz geparkt und er steht im Weg. Fahren Sie ihn bitte weg? Oh, tut mir leid. Ich bin gerade bei einem Kunden und ich fahre ihn gleich weg. Danke. Da guckte sie. Das war doch mal einfach. Und tatsächlich. Weg ist das Auto. Ja, das denke ich auch. Also manchmal muss man echt sagen, bei Adventure Games wie Return of Monkey Island oder auch, weiß ich nicht, anderen muss man immer so um die Ecke denken. Und das ist wirklich ein Spiel, wo man sagen kann, einfach das, was offensichtlich, das Offensichtliche ist, machen. Und es passiert auch das Offensichtliche. Wir waren ja beim letzten Stream langere Zeit auf dieser lustigen Berghütte und da habe ich auch an vielen Stellen gedacht, da kommt noch irgendwas. Und dann war ja auch dieser komische Typ, den wir nicht richtig sehen konnten, der uns aber irgendwie bei Ankommen schon beobachtet hat und beim Weggehen wieder. Auch das hat sich noch nicht aufgeklärt, was das bedeutet. Gut, jetzt müssen wir hier natürlich wieder die Nummer einstellen und es muss die gegenüberliegende Nummer von diesem hier sein. Das heißt, was ist hier gegenüber der 4? Wahrscheinlich die 8, oder? Den Rest habe ich mir nicht gemerkt, dann müssen wir jetzt noch mal gucken. 4, 2, 5, 4, 2, 5, 3, 4, 2, 5, 3, 4, 2, 5, 3, 4, 5, 3, 2, Nee, dann stimmt es nicht. Dann ist das hier auch falsch. Es müssen ja 5 sein. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 2, 5, 5, das müsste sogar stimmen. 1, 2, 3, 4, 5 und 3 ist dann natürlich 6 1, 2, 3, 4 3, 8 6 so da hat es wieder sehr viele Zahlen aber ach du Scheiße jetzt müssen wir hier auch noch dieses Elend das muss man wohl sagen ja aber wenn wir das haben dann wird es ja einfach was ist das? was ist das? offensichtlich ein kleiner Noopsie was ist das denn für eine unintelligente Frage? so jetzt haben wir hier diese Seite oh Gott oh Gott oh Gott also hier müssen diese drei Löcher sein oh bin ich froh dass ich das nicht händen muss ja auch froh wenn ich das nicht stimmen müsste also die beiden Klappen die untere müssen zu die untere müssen zu die muss zu die muss zu da habe ich noch nicht darauf geachtet was die muss das ist unten muss auf nee das ist die falsche nee nee da müssen zwei Löcher rein und das eine muss oberhalb von diesem sein hm warum geht das nicht das irritiert mich und hier oben muss eine goldene sein und eine schwarze genau so nein nicht so so dann ist das womöglich auch nicht diese das ist so aha und dann ist hier ein goldenes und da ein goldenes und da ein schwarzes Loch so und jetzt ist links oben auf und dann ist dazu und dann ist zweimal auf also das ist zu das ist auf das ist auch auf das ist zu und das ist zu und das ist auch zu das ist zu das ist auch zu obwohl das gar nichts bringt weil er auch gar nichts ist und das scheint auch okkul zu sein dass da nichts ist gut dann habe ich nichts gesagt so die wachen Augen ich würde sagen das hat jetzt gepasst wir haben das genau so hingeschoben wie das sein soll dann ist ja nur noch eine andere so da ist es ein bisschen komplizierter ne einfacher würde ich sagen weil wir haben hier nichts zum drehen jetzt ist er auch wieder flüssig komisch manchmal hat er so einen Stotterer drin genau aber das haben wir jetzt kommt das und da ist es offensichtlich so dass die Klappen alle zu sind eigentlich oder ah ok man muss also hier die Form reproduzieren die hier auch ist oben oben links rechts geht nicht oben das geht nicht das geht auch nicht nach oben nach oben nach unten so so oder wo wo das ist wieder der freundliche Timer der uns Bescheid sagt aber ich versuche es noch ist ja wohl nicht zu kompliziert so dann einmal nach rechts und nach unten nach rechts und nach unten das geht nicht und nach unten rechts und nach unten und jetzt nach oben und nach unten also der nach oben und der nach unten und dann der nach oben und der links nach unten der hier nach da das geht natürlich nicht und der stimmt dann wieder der stimmt dann wieder so auch da würde ich behaupten haben wir es jetzt so eingestellt wie es da auf dem Bild ist dann müssen wir diesen Hebel noch nach so legen es strömt keine Luft hindurch ich muss etwas übersehen haben ah ok es bezweifle ich ich habe es exakt so gemacht also wenn dann würde ich ja behaupten muss hier ein Fehler sein noch mal keine Wahl müssen wir noch mal gucken unten ist geschlossen hier sind zwei offen 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 der ist geschlossen der ist geschlossen dann ist der drüber geöffnet das ist der Fehler so oder jetzt ist der geöffnet die beiden dann drüber sind geöffnet der da drüber ist geschlossen und der links davon ist geschlossen der drüber ist geschlossen und der links davon ist geschlossen die drei in dem zweiten Segment sind alle geöffnet und dann ist der links geschlossen da drüber und der andere ist geöffnet also ich glaube jetzt haben wir es sonst weiß ich es auch nicht etwas stimmt nicht warum denn nicht warum sagt der einem nicht was nicht stimmt okay gucken wir noch mal der ist geschlossen der ist offen da ist ein Punkt da ist ein Punkt da ist ein Punkt da ist ein Punkt da drunter ist ein Segment ein langes Segment das sind beide offen die beiden sind geschlossen da haben wir aber schon festgestellt dass das auch gar nichts bringt weil hier gar nichts ist vielleicht ist das deswegen falsch macht natürlich mehr Sinn wenn da was wäre aber das passt ja nicht und das ist ja nun definitiv auch wir haben mir diesen Nupsi hier umgelegt und wir haben diesen Nupsi umgelegt das ist definitiv auch identisch mit wie es im Original ist aber sie schüttelt den Kopf hier und sie nickt mir den Kopf hier also ist das rechts korrekt und links nicht und ich weiß nicht was 1, 2, 3, 4, 5 geschlossene Deckel und hier sind es 1, 2, 3, 4, 5 geschlossene Deckel also ich bin mir sicher dass das Segment richtig ist und dass das Segment richtig ist das einzige Segment wo ich mir denken könnte obwohl das auch richtig ist das ist hier mit diesen Markierungen das ist genau so wie es da sein soll das einzige wo es nicht so richtig Sinn ergibt ist da wo offensichtlich ein Plättchen über einem nicht vorhandenen Loch ist da würde man halt sagen das ergibt ja keinen Sinn aber es gibt auch keine Möglichkeit das hier so hinzudrehen dass das mit diesen dass das mit diesen dass das mit diesen Lupsis passt deswegen muss das so sein ja und nur in dieser Position wird dieses Loch abgedeckt und dieses hier ist offen sichtbar es gibt keine andere Position wo das auch der Fall ist kann man ja nochmal gucken aber ist ganz offensichtlich ein Loch da ist auch ganz offensichtlich ein Loch hier von daher könnte es nur noch diese Kombination sein die geht aber nicht es geht nur diese hier unten können wir nichts drehen hier ist nur ein Hebel der ist zu und dann ist hier noch ein Loch das aber auch offen ist und scheinbar auch sein muss ja also ich bin der Meinung ich habe das alles so eingestellt wie das auch auf dem anderen Bild zu sehen ist es könnte eigentlich nur noch irgendwas mit dem mittleren Ding hier sein aber weil wir jetzt schon wieder soweit in einer Folge fertig sind machen wir an dieser Stelle eine Pause und werden uns bei der nächsten Folge damit beschäftigen was hier eventuell noch ein Fehler sein könnte in diesem altertümlichen Mechanismus von daher dann geht es dann weiter herzlichen Dank fürs Zuschauen lasst gern eure Meinung zum Video in den Kommentaren da oder klickt die entsprechenden Buttons das ganze Let's Play gibt es als Playlist auch auf YouTube oder PeerTube wo ihr mir gerne folgen könnt die Links gibt es unten in der Beschreibung bis denn dann und dann